Ich möchte, dass ihr das Wort Ja in euer Leben lasst. Wie ist dein Name? Lass mich raten, du sagst Nein zum Leben. Ich mache eine Party, jeder muss einen witzigen Hut oder eine Perücke tragen. So Mist, ich bin nicht da. Du weißt doch gar nicht, wann sie ist. Wann ist sie? Freitag. Ich bin nicht da. Du hast keine Freundin. Stephanie ist an der Bach. Sie kommen her. Ich muss weg. Stephanie! Du gehst schon? Ja, ich muss leider los. Und jedes Mal, wenn sich dir eine Gelegenheit bietet... Soll ich sie mitnehmen? Sagst du? Nein. Das Wort ist Ja. Ja! Ich möchte Gitarrenunterricht nehmen. Ja, ich möchte Koreanisch lernen. Wie hat er mich genannt? Ja! 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 Liebend gern! Kostüm-Partie, ich bin dabei, Norm. Wir sind Spartaner! Ja! Hallo, Norm. Komm rein! Du bist Nummer 301. Möchte ich gern einen größeren haben? Ja, na klar. Als hätte ich das nötig. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020